In meiner Freizeit, ich war jetzt eine lange Zeit Tanztrainerin beim TSV Kastl unten. Aber das habe ich jetzt leider erst mal auf Eis legen müssen, weil es momentan viel zu viel auf einmal wird mit den Abschlussprüfungen, dann auch noch tanzen und neue Choreos ausdenken. Aber so nebenbei spiele ich Tennis beim SV Gendorf. Gendorf ist nicht, wo Kirchen. Genau, und ja, das war es eigentlich. Sonst bin ich halt allweil viel unterwegs mit den Freunden, allweil fuhrt, die daheim. Ich mag meine Arbeit total gern. Also ich bin auch hauptsächlich im Verkauf. Hast du viel Kundenkontakt? Ja, also sehr viel. Ich bin auch am Telefon tätig und zum Beispiel letzte Woche hat man auch eine Kunde Gummibärle mitgebracht in der Arbeit. Also das war schon schön. Ich habe mit dem nur über das Telefon Kontakt gehabt und wir haben uns halt super verstanden. Und mit dem habe ich auch immer geredet. Dann hat er auch gemeint, ja, weil ich meine Arbeit so gut mache, jetzt nimmt er mir Gummibärle mit. Das ist dann schon nett, gell, wenn halt die Wertschätzung mitkommt und wenn es noch mit Gummibärle ist. Ja, aber es ist trotzdem schön, dass er an mich gedacht hat und mir Gummibärle mitnimmt. Genau, und das sind halt einfach so Sachen, die, wo man unfassbar taugt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020